So, und hier haben wir auch die Jessica. Jessica, mittel- und Prüfungsstress. Du hast schon Prüfungsstress gerade abgelegt heute Abend für den Beckenhof. Jawoll, richtig so. Wie läuft denn die scheiß Prüfung? Ja, geht so. Bestimmt noch mal besser, wenn ich daheim bin. Und hab mal richtig Party gemacht. Du knallst heute Abend hier ein paar Hirnzellen raus. Ja, dann hast du wieder ein paar Wochen Zeit, die aufzubauen. Ich hab ein bisschen Platz, genau. Jessica, deine Grüße für P6.V. Ich grüße alle, die daheim sind und hier das tolle Fecht verpassen. Okay, und jetzt kannst du abends noch den Uwe suchen. Okay, viel Spaß. Ciao.